Wir haben doch längst unser Vertrauen verloren. Ich meine, wollen wir denn echt noch unser Vertrauen in diese Medien stecken? Vertraut ihr ernsthaft da draußen noch dem Spiegel? Also wir haben ja tatsächlich vom Ethikrat sogar gesagt, es gibt eine moralische Pflicht für uns alle, uns impfen zu lassen. Das ist ja ein historisches Erlebnis. Das bleibt für dein ganzes Leben lang so, dass du einfach weißt, du bist derjenige, der es geschafft hat, da durchzukommen, obwohl so viele Leute auf dich eingeredet haben. Familienmitglieder haben sich vielleicht von dir abgewandt oder haben hinterm Rücken böse Dinge über dich erzählt oder was auch immer und haben dann mit coolen YouTube-Videos, ey hier, geil Leute, ja, ach, diese Verweigerer da draußen, die wissen doch gar nicht, was die wirklich wollen. Die haben doch gar keine Ahnung. Langzeitstudien, die wollen doch wirklich Langzeitstudien. Die haben doch überhaupt keine Ahnung. Die mRNA-Technologie, die ist doch so wirklich so cool. Bitte, hört nicht auf diese Leute. Das sind doch diese Schwurbler, ja. Die haben doch gar keine Ahnung, von was die da reden. Hört auf uns coole YouTuber, wir wissen doch, was gut für euch ist. Und ein erster Schritt wäre zum Beispiel, dass sich die Verantwortlichen bei uns entschuldigen und zwar ehrlich entschuldigen. Und natürlich muss es dann auch eine juristische Aufarbeitung geben in einer gelebten Demokratie. Also die beste Entschuldigung, und ich glaube, da spreche ich jetzt für alle Leute da draußen, ist eigentlich, wenn die Verantwortlichen ins Gefängnis gehen, am besten lebenslänglich, und die Tür, die Zellentür hinter ihnen verschlossen wird, dann ist es für mich eine Entschuldigung und die nehme ich natürlich gerne an. Ja, kommen wir jetzt wieder zu unserem Steckenpferd-Thema. Jetzt kommen wir mal wieder zu den RKI-Files. Ja, wo ich im Urlaub war, ist dann die Bombe geplatzt, ja, und plötzlich wurden dann durch einen Whistleblower beim Robert-Koch-Institut alle Protokolle ungeschwärzt rausgehauen. Ja, war natürlich ein perfektes Timing, wo ich gerade im Urlaub war, aber das kann man ja vorher nicht wissen. Ja, jedenfalls gibt es seitdem natürlich große Diskussionen, das muss man fairerweise hier auch kurz sagen, denn es gibt eine Fraktion, die sagt, man weiß ja gar nicht, ob das echt ist. Ja, es kann ja sein, dass sie Schadensbegrenzungen betreiben wollen und dass der angebliche Informant beim Robert-Koch-Institut jetzt irgendwas geleakt hat, was harmloser ist als das, was später noch rausgeklagt werden soll. Auch da kann ich nur ganz klar sagen, an alle Leute, die gerade klagen, klagt weiter, dass ihr definitiv vom Robert-Koch-Institut dann auch die Dateien zur Verfügung gestellt bekommt, die jetzt aktuell noch geschwärzt sind. Aber ich möchte hier niemanden an den Karren spannen, weil die gute Frau, die das ja mitgeleakt hat, die wurde ja dann doch ziemlich so ins Visier genommen. Da hat man dann auch in ihrer Vergangenheit rumgeforscht. Ja, sie hat sich damals verkauft gegen Geld. Also sie war eine Luxusmätresse und hat quasi gegen Geld mit dem männlichen Geschlecht diverse Techtel-Mächtel-Aktionen ausgeführt. Ich glaube, werbefreundlicher kann man es doch jetzt wirklich nur nicht ausdrücken, oder? Guck mal, ich sag euch ganz ehrlich was, es hat mich gar nicht zu interessieren, was diese Frau in der Vergangenheit gemacht hat. Solange das alles so stimmt und solange sie auch wirklich dann auch das veröffentlicht hat, was dann auch wirklich so der Fall ist, dass es wirklich einen Informant gab, dann ist es mir egal, ja, was sie da beruflich getan hat, weil im Endeffekt ist es ihre Privatsache. Das kann man natürlich jetzt diskreditieren, aber ich sag mal so, ja, meine Güte, die Frau hat so ihr Geld verdient, sie sieht gut aus, ja, also zumindest da auf den Fotos, die ich dann bei Telegram gesehen habe. Das kann man halt nicht haten, da kann man halt nicht sagen, ja, sie hat halt aus ihrem Körper Profit geschlagen, das machen sehr viele Frauen da draußen. Ja, es gibt sogar Frauen, die es ja schon quasi kostenlos machen, die sich da bei Instagram oder bei TikTok, ja, schon sehr, sehr freizügig zur Schau stellen, wo man dann manchmal denkt, wie viel Geld kriegst du eigentlich dafür, dass du das da machst? Und man dann ganz genau weiß, da ist so gut wie gar kein Geld hinter, nur man scheint sich mit seinem Körper halt zu präsentieren zu wollen. Und da sagt keiner was, aber bei Frauen, die da sehr viel Geld mit verdienen, da ist es dann plötzlich schlimm, wo man sich so denkt, Leute, ob ich mich jetzt bei Instagram fast halbnackt ausziehe, ja, und da ist es dann okay, wo es dann theoretisch deine Kinder sehen könnten, aber auf einer Plattform mich dann zu verkaufen, wo eben nicht mal eben jeder so hin kann, ja, und wo man sich dann trifft, ja, und da ein Geschäft draus macht, da sehe ich ehrlich gesagt die Frauen oder von mir aus auch Männer, die sowas machen, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich das viel seriöser finde, als wenn man sich irgendwo bei TikTok zur Schau stellt oder bei Instagram, muss ich ehrlich gesagt so sagen, aber das soll jeder machen, wie er will, das wollte ich mal eben hier angesprochen haben. Ja, jetzt sind die RKI-Protokolle natürlich vollends draußen, zumindest angeblich über 4000 Seiten, dass wir das natürlich in der Kürze der Zeit jetzt nicht alles schon durchgelesen haben können, also zumindest die Sachen, die noch entschmerzt waren, das sollte jedem klar sein, deswegen werden wir auch hier jetzt nach und nach uns dadurch manövrieren durch das Ganze und aber wir können schon die ersten Sachen hier definitiv auch jetzt bequatschen, das hat der gute Marc Friedrich natürlich auch wieder sofort getan, deswegen schauen wir uns das jetzt an, es gab nie eine Pandemie der Ungeimpften und wir legen los. Was ich dir heute erzähle, ist der absolute Hammer und ein gigantischer Skandal. Dank eines mutigen Whistleblowers aus dem RKI wurden jetzt die kompletten RKI-Files und Protokolle entschmerzt, enthüllt und die haben es wirklich in sich. Es ist die eigentliche Bankrotterklärung unserer Politik und unserer Corona-Zeit und leider wird wieder das Motto dieses T-Shirts bewahrheitet, nämlich wir wissen, sie lügen, sie wissen, sie lügen und trotzdem haben sie immer weiter gelogen. Und die Protokolle enthüllen nichts weiteres als wirklich politischer Sprengstoff. Spahn, Lauterbach und alle müssen zur Rechenschaft gezogen werden, denn alle haben sie mitgemacht. Eigentlich müssten sie heute noch zurücktreten und sich bei der breiten Öffentlichkeit entschuldigen. Ja, selbstverständlich. So sieht es natürlich aus. Normalerweise sollten sie sofort zurücktreten. Eigentlich sollten sie nicht noch einen Tag länger ihr politisches Amt bekleiden. Sie sollten sofort die Koffer packen, wenn sie noch einen Funken Ehre hätten und sagen, okay, wir werden nun uns der Aufarbeitung widmen, weil klar, auch die sollten von sich aus nämlich auch mal sagen, okay, wir versuchen uns jetzt mal bei kompletter Transparenz das Ganze mit aufzuklären, weil letztendlich könnte man ja am Ende des Tages behaupten, dass selbst die politischen Akteure vielleicht irgendwo instrumentalisiert worden sind, dass sie vielleicht selber nichts dafür könnten. So könnte man ja jetzt am Ende des Tages auch argumentieren, theoretisch betrachtet. Also, ich finde, normalerweise in einer fairen Welt wäre es eh so weit niemals gekommen, sollte man das eigentlich sofort machen. Aber ihr seht, nichts passiert. Aktuell ist es immer noch so. Lauterbach ist im Amt. Jens Spahn macht auch noch irgendwie seine Politik da. Keine Ahnung, was er genau macht gerade. Und nichts passiert. Die breite Masse da draußen scheint sich ja auch für nichts zu interessieren. Das kommt ja auch noch dahin zu. Ja, und man muss natürlich ganz offen und ehrlich sagen, solange die Masse sich nicht in Bewegung setzt, solange sie nicht eine vollumfängliche Aufarbeitung fordert, wird die Politik alles dafür tun, es zu verschleiern, damit wir es endgültig vergessen. Meiner Ansicht nach ist es der größte Skandal aller Zeiten. Und wenn jetzt nichts passiert in Sachen ehrlicher Aufarbeitung und Konsequenzen, dann sehe ich tatsächlich schwarz für unsere Demokratie, für unsere Zukunft. Und aus diesem Grund bitte ich dich jetzt schon, wenn dir die Wahrheit am Herzen liegt, egal ob du auf der einen oder anderen Seite stehst, dann teile dieses Video kräftig, kommentiere es, lass ein Abo da und teile es mit so vielen Menschen wie möglich. Die Wahrheit muss raus, und die Wahrheit bricht sich immer ihren Weg. Die Wahrheit bricht sich immer ihren Weg. Und was jetzt herausgekommen ist, ist wirklich der absolute Hammer und hat eingeschlagen wie eine Bombe. Aya Vela Quest, die auch schon hier zum Interview war, das Video findest du hier oben, hat nun über einen Whistleblower aus dem RKI, also aus dem Robert-Koch-Institut, die kompletten RKI-Protokolle entschmerzt bekommen. Und die haben es tatsächlich in sich, denn hier tun sich wirklich ihr Abgründe auf, die tiefer sind als der Mariannengraben. Eins kann ich dir jetzt schon sagen, alle, die über die letzten Jahre kritisch waren, alle, die es gewagt hatten, die Corona-Maßnahmen oder auch die Impfung zu kritisieren, haben eigentlich Recht behalten und sollten rehabilitiert werden. Nö, Marc, da bitte ich absolut nicht deiner Meinung. Dazu stehe ich auch. Wir müssen nicht in die Gesellschaft neu eingegliedert werden. Weil, warum? Warum sollen wir uns denn von den anderen Leuten wieder in diese Gesellschaft integrieren lassen? Warum? Ich meine, es zeigt doch einen klaren und wachen Geist, dass du dich von dieser Gesellschaft entfernst. Dass du doch für dich selber sagst, ich möchte zu dieser Gesellschaft gar nicht gehören. Und ich denke doch auch, dass Marc Friedrich ähnlich denkt. Weil auch ihn hat doch sein wacher Geist davor bewahrt, diese Fehler in der Vergangenheit zu machen. So, und warum soll ich mich denn jetzt wieder in die Gesellschaft eingedern lassen, die mich zutiefst verstoßen hat und wo ich ehrlich gesagt auch meinen Platz nicht sehe? Weil, was will ich denn da? So, und dann will ich mir beim nächsten Mal, es gibt kein nächstes Mal, aber gesetzt den Fall, die sind wirklich so bekloppt und machen nochmal ein nächstes Mal. Und dann will ich mir das wieder alles anhören. Und dann sind wir am Anfang wieder, die Schwurbler. Ach, jetzt fangt ihr schon wieder an. Ach, ihr seid doch verrückt. Und dann werden die mich, also, nee, das geht für mich nicht auf. Ich mag es da, wo ich jetzt bin. Ich sehe das aus einer sogenannten Vogelperspektive. Ich betrachte mir diese Gesellschaft so, ich schaue mir die Gesellschaft so an, wie wenn man irgendwo auf so eine einsame Insel kommt und da lebt so ein Naturvolk. Da schaue ich mir das Naturvolk auch erstmal aus sicherer Entfernung an, schaue mir alles an. Ich weiß ja nicht, ob die mir wohlgesonnen sind. Und so ist es für mich perfekt. Ich möchte nicht von dieser Gesellschaft mehr eingegliedert werden. Will ich nicht. Will ich einfach nicht mehr. Ich sehe mich auch nicht mehr als Teil dieser Gesellschaft, weil ich mit dieser Gesellschaft zu 100% durch bin. Und ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin. Wir sind ein paar Millionen Menschen, die sich nicht mehr eingliedern lassen. Wir wollen unser eigenes Ding machen. Ich sag mal so, ich denke mal, damit können wir alle leben. Lasst uns auf eine friedliche Koexistenz einigen. Macht euer Ding. Lasst uns in Ruhe. Und wir lassen euch in Ruhe. Und damit, denke ich mal, fahren wir alle am besten. Es war eine riesengroße Sch***show und wir wurden auf gut Deutsch verarscht. Und zwar nicht nur von der Politik, sondern auch von den Medien. Sind dir die RKI-Protokolle ein Begriff? Falls nicht, empfehle ich dir natürlich mein letztes Video dazu, was über 400.000 Aufrufe hatte. Das findest du hier. Und wie du mich kennst, war ich schon immer kritisch bezüglich der ganzen Corona-Kiste. Und mein Bauchgefühl hat mich nicht betrogen. Ich wusste von Anfang an, dass das alles irgendwann herauskommt. Und wichtig war es für mich, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Und aus dem Grund jetzt auch dieses Video. Und bevor ich jetzt hier ins die Tiefe gehe, möchte ich nochmal einen Riesenlob an Aya Velaquez aussprechen, die wirklich seit Anfang an kontinuierlich mit großer Mühe und Leidenschaft dieses Thema begleitet hat. Aber auch Paul Schreier vom Multipolar-Magazin, aber auch viele andere unabhängige Journalisten, die immer wieder versucht haben, die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Ihr seid die wahren Journalisten. Und ich hoffe wirklich inständig, dass jetzt auch die ARD, ZDF, Spiegel, FAZ, NZZ, Sternen, SZ und so weiter sich endlich auf die richtige Seite des Journalismus wieder stellen und versuchen, objektiv zu berichten und auch Fehler eingestehen. Man merkt schon so, also ohne, dass ich ihm jetzt was unterstellen will, aber er scheint immer noch so ein bisschen, warum auch immer, was mir ehrlich gesagt schleierhaft ist, in gewisser Weise unterwürfig zu sein in Bezug auf die sogenannten Massenmedien. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Weil ich bin ganz ehrlich, Leute, mich interessiert das gar nicht, ob das jetzt Bild, Spiegel und wie sie alle heißen, ob die das jetzt fair behandeln oder nicht. Weil ich sag mal so, im Endeffekt der Zug für diese Mainstream-Medien ist längst abgefahren. So, und ich benutze diese Mainstream-Medien sowieso nur dafür, um meinen Sieg zu perfektionieren, wegen nichts anderem. Es ist quasi der Pokal, den ich so in die Luft strecke, weil, sagen wir mal ehrlich, was wollen die denn noch sagen? Wie wollen die denn noch dagegen argumentieren? Es gibt nichts mehr dagegen zu argumentieren. Bedeutet, jetzt auf einmal reden die, sofern sie überhaupt jetzt fair berichten, da müsste man jetzt mal tief ins Detail gehen, ob das überhaupt der Fall ist oder ob die wieder relativieren. Ja, aber jetzt machen die dann plötzlich ihren Job oder was, wo es eh längst zu spät ist. Es gibt doch jetzt gar keinen Job mehr zu machen. Im Endeffekt, das Kind ist doch schon vor gefühlt 100 Jahren in den Brunnen gefallen, liebe Freunde da draußen. Bedeutet, ja, dann wollen die jetzt also darüber berichten, dass vor 100 Jahren ein Kind in den Brunnen gefallen ist und dass das Kind mal lieber aufgepasst hätte, statt am Brunnen zu spielen oder was? Ja, was ändert es denn jetzt an der Gesamtsituation? Ja, gar nichts. Außer, dass die dann von mir aus jetzt auch nochmal bestätigen, ja, die RKI-Protokolle beweisen, dass die Schwurbler recht hatten. Ja, wow. Das soll ich mir jetzt also von den sogenannten Systemmedien, soll ich mir das jetzt verifizieren lassen? Da brauche ich keine Systemmedien für. Das weiß ich schon seit 2020. Das weiß ich schon seit 2021. Wir brauchen gar nicht weiter vorzugehen, ja. Ich weiß das schon seit 2021, dass ich recht habe. Da brauche ich keine Verifizierung mehr. Tut mir leid. So, und ich finde das immer so ein bisschen komisch, dass man sich überhaupt noch den Systemmedien anbietet. Lasst die Systemmedien da stehen. Es wird Zeit für neue Medien. Wir brauchen die alten Medien nicht mehr. Die haben doch längst unser Vertrauen verloren. Ich meine, wollen wir denn echt noch unser Vertrauen in diese Medien stecken? Vertraut ihr ernsthaft da draußen noch dem Spiegel? Vertraut ihr den Öffentlich-Unrechtlichen? Vertraut ihr der Bild? Vertraut ihr diesen ganzen Medien noch? Natürlich nicht. Und die werden unser Vertrauen auch nicht mehr wiederbekommen. Ja, ich sage euch eine Sache. Löst euch alle auf und gründet neue Medien und fangt bei null an. Und dann könnt ihr uns, ja, euer Vertrauen, also versucht unser Vertrauen wieder zu gewinnen. Löst euch einfach auf. Weil die Marken sind doch alle komplett verbrannt. Guck mal, jetzt mal gesetzt den Fall abschließen, dann mache ich sofort weiter. Mal gesetzt den Fall. Der Spiegel würde jetzt ab sofort, jetzt wo ich das gerade ausspreche, anfangen neutral und vor allen Dingen auch kritisch zu berichten. Ich würde dem Spiegel in den nächsten zehn Jahren nicht vertrauen. Weil das Vertrauen einfach weg ist. Weil ich mir immer denke, solange ein gewisser Milliardär euch weiter querfinanziert, habt ihr jegliches Vertrauen bei mir verspielt. Ich glaube euch nicht. Ich glaube euch zu keiner Zeit. Ich schaue mir einen Artikel von euch an. Ich fange an zu lachen und klicke wieder weg. Mich interessiert es einfach nicht, was ihr schreibt, weil ihr mein Vertrauen vor sehr langer Zeit schon längst verloren habt. Das heißt, löst euch auf, bildet neue Medien oder gründet neue Medien und dann könnt ihr ja wieder bei null anfangen. Jeder hat eine zweite Chance verdient, aber nicht mit diesem Namen. Aber wahrscheinlich werden sie weiterhin schützend die Hand über die Politik halten. Denn man hat ja drei Jahre eigentlich mitgemacht bei dem ganzen Spektakel. Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter im Lockdown. Jetzt aber genug der Vorrede. Schauen wir... Ich schwöre, diese Frau... Ich schwöre, diese Frau... Eigentlich tut die mir jetzt schon fast leid. Die ist wirklich so das Symbol für all das, was schiefgelaufen ist in der Zeit. Ohne Witz. Diese Frau, die einfach bei den Tagesthemen zur besten Sendezeit ihre Meinung vom Teleprompter abliest. Sie ist in so vielen Bereichen... Steht sie einfach für diese Zeit. Erstmal, sie ist die allererste Szene bei Hashtag, ihr habt mitgemacht. Das muss man immer mal fairerweise jetzt sagen, die Dokumentation. Sie ist die Erste, die da auftaucht. Jeder kennt sie noch. Jeder hat sich ihren Namen gemerkt. Sarah Frühauf hieß sie, glaube ich. Sarah Frühauf oder sowas. Und sie ist einfach so gebrannt, dass eigentlich tut sie mir mittlerweile leid. Das ist eigentlich unfassbar. Und ich würde mal interessieren, wie sie heute eigentlich zu dem Ganzen steht. Ob sie heute sagt, okay, es war ein Fehler oder ob die immer noch genauso ist. Das würde mich mal echt interessieren. Jetzt aber genug der Vorrede. Schauen wir uns die Whistleblower-Unterlagen an. Und da fangen wir gleich mit einem absoluten Knaller an. Hier mal ein Auszug aus dem Protokoll. Dieser Auszug ist wohlgemerkt von Ende 2021. Und hier heißt es, und ich zitiere, In den Medien wird von einer Pandemie der Ungeimpften gesprochen. Aus fachlicher Sicht nicht korrekt. Gesamtbevölkerung trägt bei. Soll das in Kommunikation aufgegriffen werden? Und dann weiter. Dient als Appell an alle, die nicht geimpft sind, sich impfen zu lassen. Und abschließend, sagt Minister bei jeder Pressekonferenz, vermutlich bewusst, kann er nicht korrigiert werden. What? Etwas fachlich Falsches wird nicht korrigiert? Und man lässt die Leute in der Angst, lässt sie uninformiert und glaubt weiterhin an eine Pandemie der Ungeimpften und spaltet somit Firmen, Familien, Freundschaften. Heilige Sch***. Das heißt, man hat es bewusst in Kauf genommen. Die Pandemie der Ungeimpften, wie sie von uns von allen Zeiten eingetreten wurde, war eine ganz große Lüge. Ja, und da sieht man halt einfach mal wieder, das ist eigentlich auch so, hat direkt so einer der besten Beweise direkt am Anfang gezeigt, wie es sie scheinbar auch gar nicht interessiert hat, wie es eigentlich wirklich ist. Weil klar, sie kritisieren es zwar, sagen aber dann, ja, wir können es aber jetzt nicht zurücknehmen. Ja, natürlich. Wenn ihr einen Fehler macht, nehmt es zurück. Ja, selbstverständlich. Fehler sind doch dazu da, dass man sie rückgängig macht und dann daraus lernt. Und die schreiben einfach in ihren Protokollen, ja, nee, das können wir jetzt nicht mehr zurücknehmen, weil das ist jetzt einmal gesagt worden, das geht jetzt nicht mehr. Wo man so denkt, warum? Und trotzdem war dieser Propagandaspruch weiter in den Medien und wurde von allen möglichen Leuten, ja, wurde der benutzt. Immer wieder gesagt, ja, ob es der Lauterbach war, ja, Karl Leiserbach hat es immer wieder gesagt, Spahn hat es immer wieder gesagt, Ulrich Montgomery hat es immer wieder gesagt und noch einige andere Akteure. Immer wieder die gleiche Phrase, obwohl das Robert-Koch-Institut wusste, naja, es ist eigentlich ein Fehler, eigentlich könnte man es nicht sagen, aber wir können es jetzt leider nicht mehr rückgängig machen. Ja, super. Alles klar. Man wusste es sogar. Grüße gehen raus an die Süddeutsche Zeitung. Ich hoffe, ihr deo-abonniert sie alle. Hier nochmal Ausschnitte aus den damaligen Pressekonferenzen mit dem damaligen Gesundheitsminister Jens Spahn. Wir erleben gerade vor allem eine Pandemie der Ungeimpften und die ist massiv. Er wusste zu diesem Zeitpunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass das alles Bullshit ist, was er da von sich gibt. Vielleicht hat er deswegen auch gesagt, wir müssen uns viel verzeihen. Und jetzt sehen wir, es steht in den Protokollen Schwarz auf Weiß. Und trotzdem hat man Millionen Menschen von der Arbeit, von den Reisen, von den Hobbys, von Restaurantbesuchen und vom gesellschaftlichen Leben komplett ausgegrenzt. Ich zitiere mal Karl-Ardan Lauderbach von damals. Ungeimpfte sollen nur noch Zugang zu ihrem Arbeitsplatz, zu Lebensmittelgeschäften, Drogerien und Apotheken haben. Das Zitat ist nicht von irgendwie Anfang 2020, sondern vom 15.11.2021. Ja, wo er es zu diesem Zeitpunkt gewusst haben muss, denn auch dem Bundesgesundheitsminister muss man das ja mitteilen und er kannte auch sicherlich die Protokolle, weil er ja auch stets mit dem Robert-Koch-Institut ja eng zusammengearbeitet hat. Er kannte ja auch diesen Lars Schade sehr gut, der ja jetzt aktuell der Chef des Robert-Koch-Institutes ist, glaube ich. Das war ja vorher Luther Wieler, jetzt ist es ja Lars Schade. Also er muss es auf jeden Fall gewusst haben, weil er zu beiden ein gutes Verhältnis immer hatte. Trotz alledem hat er weitergemacht damit. Hat man wohl geglaubt, dass die Protokolle niemals ans Tageslicht kommen? Oder wie war man sich da so sicher, dass man einfach mal so weitermachen konnte? Das sind natürlich Fragen, die man sich hier mal stellen sollte. Und wir wissen jetzt, dass Lauterbach schon damals mit hundertprozentiger Sicherheit gewusst hat, dass das alles Quatsch ist. Und trotzdem hat man dieses Narrativ bis zuletzt aufrechterhalten, um Druck gegen Ungeimpfte zu kreieren. Wir erinnern uns auch an Söder, der damals erklärte, dass wir nun eine Pandemie der Ungeimpften haben. Oder hier, der sympathische Weltärztepräsident Montgomery, der bis heute zu seiner Aussage steht, dass es eine Tyrannei der Ungeimpften war. Dass Geimpfte weniger ansteckend sein als Ungeimpfte, blieb eine der gewichtigsten Fehlinformationen der Corona-Krise. Soweit hätte es nie kommen dürfen. Und es tut mir leid, wenn ich mich jetzt echauffiere, aber uns allen wurde drei Jahre lang Lebensqualität, Zeit, Freiheitsrechte gestohlen und keiner regt sich auf. Es müsste eigentlich Millionen auf der Straße sein. Deswegen, bitte, wenn du hier neu bist, lass ein Abo da und vor allem teilt dieses Video. Ja, ich will natürlich jetzt nicht Erbsen zählen. Drei Jahre war es jetzt nicht, ehrlich gesagt. Es waren zwei. Also muss man hier, ich meine, ich will jetzt hier nicht schön reden, um Gottes Willen, aber ich will ja korrekt sein, weil die Gegenseite, die guckt sich ja immer alles an, vor allen Dingen, die drehen ja jede Silbe um. Weil wir wissen ja, die Gegenseite, die sagt ja, 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 Fake News, ihr wisst doch nicht mal, wie lang das war. Das waren gar keine drei Jahre, das waren nur zwei Jahre. Ne, ihr kennt sie ja. Deswegen sage ich, ich ist hier schon mal vorsichtshalber, es waren nicht drei Jahre, es waren zwei. Zwei, maximal zweieinhalb, weil, das will ich hier noch mal sagen, im Sommer 2022 ist eigentlich so gesehen alles geendet. Ja, da war es nämlich nicht mehr so, dass danach irgendwas schwer, ich sag mal, Freiheitseinschneidendes irgendwie noch passiert ist, weil da ging das nämlich langsam aber sicher alles weg. Ja, ihr habt recht, im Gesundheitssektor wurden die Leute bis 2023 gegängelt, das ist richtig, aber wir reden natürlich jetzt hier vom normalen Leben abseits des Gesundheitssektors, da war für viele Leute schon ab Sommer 2022 alles zu Ende. Das war nämlich auch das erste Mal, ich habe es sehr oft schon erzählt mittlerweile in meinen Streams, da war das erste Mal, wo ich richtig durchgeatmet habe und wo ich wirklich da stand, ich werde das eigentlich nie vergessen. Es ist eigentlich auch so, an diesen Moment erinnere ich mich gerne zurück, ich weiß das noch, ich war auf dem Balkon, das weiß ich noch, als ob es gestern gewesen wäre, ich war auf dem Balkon, ich stand da, die Sonne schien, keine Wolke am Himmel und dann in dem Moment wusste ich, es ist vorbei. Es klingt zwar jetzt richtig kitschig, wie aus so einem Hollywood-Film oder so, aber es war so, ich wusste, es war vorbei, ich habe meine Faust so gestreckt, das ist kein Scherz, genauso stand ich auf dem Balkon und habe ich den hier gemacht, die ganze Zeit, ich so, yes! Und dann habe ich noch ein paar Schimpfwörter vor mich her gebrabbelt, weil ich noch ein paar Leute beleidigt habe, also so fantasiemäßig Leute beleidigt, das kann ich jetzt leider nicht hier wiedergeben, weil das Video dann nicht nur gelb, sondern gleich rot ist und dann war für mich klar in dem Moment, ich habe, also nicht nur ich, wir haben gewonnen und das war so, das war ein ganz, ganz krasser Moment, den werde ich mein Leben nicht vergessen. Das war so, als ob man so einen Krieg gewonnen hätte in dem Moment und ja, ich weiß nicht, wie es bei euch war, ihr werdet höchstwahrscheinlich auch irgendwo so einen Moment gehabt haben, wo ihr gemerkt habt, ah, jetzt ist es alles vorbei, könnt ihr gerne mal unter das Video schreiben, schreibt mir gerne mal unter das Video, wann bei dir so der Punkt war, wo du gemerkt hast, jetzt ist alles vorbei und wo du so die Siegerfaust geschwungen hast, so wie es einst Michael Schumacher nach dem einen oder anderen Rennen gemacht hat, kannst du mir gerne mal unten in die Kommentarfunktion schreiben und natürlich auch hier an den Chat, da schreibt es mir auch gerne mal rein, wir können es ja gerne mal nach dem Video darüber unterhalten, wann so der Moment bei euch war, wo ihr wusstet, alles klar, jetzt ist alles vorbei. Die Wahrheit muss raus und jetzt kommen wir gleich noch auf ein paar weitere Knalle aus den neu enthüllten Protokollen. Zum Beispiel, dass man die ganze Zeit wusste, dass ein Mund-Nasen-Schutz nicht sinnvoll ist oder sogar kontraproduktiv ist oder dass man sich im Klaren darüber war, dass die Lockdowns schwere Konsequenzen haben könnten, sogar schwerere als die Krankheit an sich selbst. Über 300.000 Menschen sind alleine auf gut Deutsch verreckt, weil ihre Liebsten nicht zu ihnen kommen konnten und ihr erinnert euch wahrscheinlich alle an die harte Politik von Markus Söder während Corona. Er hatte damals sogar eine Impfpflicht für Kinder gefordert. What? Ja. Und zudem hatte Söder sogar noch den STIKO-Chef öffentlich heftigst attackiert, weil dieser gesagt hatte, dass er sein Kind nicht impfen lassen würde, was völlig zu Recht ist. Dazu kommen wir gleich. Zum Glück vergisst das Internet nichts. Oder erinnerst du dich noch an den Ethikrat? Hier mal. Ja, ich kann mich an viele Dinge tatsächlich erinnern und daran erinnere ich mich nämlich auch gut, nämlich an diese legendäre Aussage von diesem Mertens. Ich weiß leider nicht mehr in welcher Sendung das war. Es müsste, wenn ich mich recht entsinne, bei Markus Lanz, glaube ich, sogar gewesen sein. Da war, glaube ich, ich weiß, war er da? Ja, ich glaube, er saß da. Er war nicht zugeschaltet, sondern er saß da. Da hat doch der Lanz gefragt, ob der seine Enkel, glaube ich, war es. Ich weiß gar nicht, Kinder, weil er wurde nicht nach den Enkeln gefragt, aber egal, Kinder oder Enkel, egal. Und da hat er ja gesagt, nein. So. Da hat er eiskalt gesagt, nein, zu einer sehr guten Sendezeit, sagen wir es mal so. Und dann war es ja, glaube ich, so ein Tag später oder zwei Tage später musste der so ein bisschen zurückrudern, weil da wurde der nämlich hart attackiert in den Medien und da musste der schnellstmöglich irgendwie das Ganze noch so zurechtbiegen. Daran erinnere ich mich sehr gut. Ein Ausschnitt der Vorsitzenden, sympathischen Ethik-Chefin Annalena Buix. Also wir haben ja tatsächlich vom Ethikrat sogar gesagt, es gibt eine moralische Pflicht für uns alle, uns impfen zu lassen. Schlecht gealtert, würde ich sagen. So viel zu Ethik und Moral. Aber schauen wir uns noch weitere Passagen aus den Protokollen an. Und ich möchte an dieser Stelle auch die schwäbische Zeitung ganz groß loben, weil sie eine der letzten Bastionen ist, die tatsächlich objektiven Journalismus betreibt und die auch den Mut hat, diese Themen jetzt zu veröffentlichen. Ich werde euch den Link unten verlinken. Rainer Unsitz schreit. Einfach behaupten, du hast Tourette-Domme, dann darfst du alles. Ja, ich habe das so leise für mich gemacht. Also ich habe das jetzt nicht laut da rumgerufen, sondern ich habe das so leise für mich gemacht, weil ich wusste ja nicht, ob das die Kinder hören. Und da habe ich dann so rumgewedelt mit der Faust die ganze Zeit und da habe ich mir irgendwie so irgendwelche Gegner vorgestellt und dann habe ich die ganze Zeit so Schimpfwörter vor mich so rumgebrabbelt, die nur ich verstanden habe dann in dem Moment. Aber trotzdem, es war ein sehr schönes Erlebnis in dem Moment. Es war wirklich so, keine Wolke am Himmel, wirklich blauer Himmel, die Sonne schien. Es war wirklich auch ein schöner Tag, es waren schöne Temperaturen und dann in dem Moment ist bei mir auch so eine gewisse Last abgefallen, weil ich wusste da einfach, boah krass, es ist vorbei. Es ist einfach vorbei. Das wusste ich, wie gesagt, im Sommer 2022 wusste ich das, weil ich wusste, da kommt nichts mehr, weil da hast du geahnt, da wird nichts mehr kommen, die werden das nicht nochmal hochfahren, weil das bringt nichts. Und ja, da war ich irgendwie, in dem Moment war ich so glücklich, weil ich dachte, boah guck dir das mal an und seitdem, ja, lässt dieses Siegergefühl auch nicht mehr nach, weil, wie gesagt, es ist ja was Historisches gewesen, liebe Freunde. Wir gehören zu denjenigen, die sie nicht kaputt machen konnten. Das ist ja ein historisches Erlebnis. Das bleibt für dein ganzes Leben lang so, dass du einfach weißt, du bist derjenige, der es geschafft hat, da durchzukommen, obwohl so viele Leute auf dich eingeredet haben. Familienmitglieder haben sich vielleicht von dir abgewandt oder haben hinterm Rücken böse Dinge über dich erzählt oder was auch immer. Arbeitskollegen haben hinter deinem Rücken ganz viele schlimme Sachen über dich gesagt, ah, der will das nicht, guck mal, wie bekloppt der ist und so weiter. All solche Dinge und du trotz dieses ganzen Psychoterrors bist du derjenige gewesen, der standhaft geblieben ist. Das musst du dir mal vorstellen, was du da eigentlich geleistet hast. Ja, dass egal, was da kam, egal, wie viele Erpressungsversuche seitens des Staates und ja, was sie da versucht haben, hier, Repressalien, ja, wir werden euch kriegen und dann auch noch diese sehr, sehr eigenartigen Menschen, die da auch noch wirklich schon zu Sachen aufgerufen haben bei Social Media, was die mit uns machen sollen und so weiter. Viele waren ja für irgendwelche Camps, wo die uns reinstecken, ja, und überlegt mal, das alles haben wir hinter uns gebracht. Das ist eine Leistung, seid stolz drauf, das meine ich ernst. Da könnt ihr auch euer ganzes Leben drauf stolz sein. Am 19. 5. 2021 heißt es zum Beispiel im Protokoll Impfung von Kindern. Auch wenn von STIKO die Impfung für Kinder nicht empfohlen wird, Bundesminister Spahn plant trotzdem ein Impfprogramm. What? Also, wer ist der bitte? Der Mann, er hat eine Banklehre gemacht. Alter Schwede, Hauptsache weg mit dem Zeug oder hat die Kohle gestimmt? Egal ob Kind oder Oma. Nur zwei Tage später findet man in den Protokollen die folgende Stelle, ich lese vor. Pädiatrische Fachverbände stehen der Impfung von Kindern zurückhaltend gegenüber. Politik bereitet bereits Impfaktionen vor, damit die entsprechenden Jahrgänge zum Ferienende geimpft sind. Frage der Equity. In vielen Regionen der Welt fehlen Impfstoffe. Hier werden Gruppen ohne mit sehr geringem Risiko geimpft. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Eigentlich hat alles dagegen gesprochen, auch die Kinder zu impfen. Und man hat es trotzdem durchgeboxt und gemacht. Was für ein Verbrechen. Wie assi kann man bitte sein? Tja, was soll ich dazu noch sagen? Also alles, was man jetzt noch so von sich geben könnte, das könnte dann wieder justizabel sein. Deswegen lassen wir es mal ganz hier alles und werden sehr seriös darauf reagieren. Ich sag mal so, die Kinder tun mir natürlich, das sind wirklich die, die mir am meisten leid tun. Eigentlich sind es die, die mir überhaupt leid tun aus dieser Zeit. Viele Kinder wollten es ja gar nicht beziehungsweise wollten nur Mama und Papa stolz machen. Das kommt ja noch hinzu, dass viele es deswegen nur getan haben. Die Eltern, die es getan haben, die werden damit leben müssen, ihr ganzes Leben. Und man kann nur beten, dass bei den Kindern alles gut bleibt. Mehr kann ich da auch nicht mehr sagen. Man kann da wirklich nur hoffen, dass der Körper, der eine sehr komplexe Maschine irgendwo ist, das kann man ja so beschreiben, dass der über sich hinauswächst und es irgendwie schafft, dass dieses Zeug von selbst aus dem Körper geleitet wird, wie auch immer. Kann man jetzt viel darüber diskutieren. Mehr kann man da nicht mehr sagen. Wir tun mir leid und ich hoffe, dass ein Wunder geschieht, was die Kinder angeht. Ganz einfach. Erklär das mal bitte Eltern, die jetzt Kinder haben, die mit schweren bis schwersten Nebenwirkungen zu kämpfen haben. Am 7. Mai 2021, also noch zu Beginn der Impfkampagne, heißt es, Bewohnende wegen Verweigerung nur zu 50% geimpft, überraschende Gegenwehr aus Bevölkerung. Am 7. Januar 2021... Also, Bewohnende wegen Verweigerung nur zu 50% geimpft, überraschende Gegenwehr aus Bevölkerung. Ich weiß jetzt nicht, was die mit Bewohnende meinen, ehrlich gesagt. Sind damit jetzt generell die Leute gemeint? Also generell die Bevölkerung? Oder ist jetzt mit Bewohnende gemeint, die in irgendwelchen Pflegeeinrichtungen leben? Das wird mir jetzt nicht ganz klar daraus, aber ihr seht, dass selbst sie erstaunt darüber waren, wie viele Menschen es eigentlich auch wirklich so gab, die ganz klar gesagt haben, weg damit. Ich will das nicht haben. Also, ich sag ja. Und das ist nämlich auch der Grund gewesen, warum das hier in Deutschland alles so lange gedauert hat. Weil man muss nämlich auch immer mal versuchen, so etwas Positive zu sehen. Weil es ist nämlich immer so, dass alles so schlecht geredet wird. Deutschland hat hier nur so lange gedauert, weil scheinbar die Quote hier nicht ansatzweise erfüllt worden ist. Deswegen haben die das auch bis 2022 hier so durchgezogen. Also bis Mitte 2022. Wo es in anderen Ländern wieder ganz normal zuging. Ihr kennt das ja noch. In anderen Ländern, da war lange gar nichts mehr. Die haben da alles wieder aufgemacht. Die sind da wieder ganz normal durch die Gegend gelaufen. Die haben sich über uns kaputt gelacht. Die haben ja wieder gesagt, ach, die German Angst. Ach, laufen die da immer noch mit Masken rum? Ach, die sind doch total bekloppt, die Deutschen. Da kam das immer noch so, wo in den anderen Ländern das ganz normale Leben komplett wieder normal weiterging, haben die sich hier ja total zum Affen gemacht. Deswegen höchstwahrscheinlich. Ich gehe mal davon aus, der Druck war doch größer von der Bevölkerung so gesehen, dass es keiner wollte, als man es uns jemals gesagt hat. Ich gehe davon aus, dass man, das ist jetzt meine Verschwörungstheorie, ich kann es nicht beweisen, dass man mit Hilfe der Mainstream-Medien, dass man da so ein Bild gezeichnet hatte, was vielleicht gar nicht der Wahrheit entsprochen hatte. Gehe ich mal stark davon aus. 2022 heißt es, Bundesgesundheitsminister möchte vermutlich Ausnahmen für Geboosterte für drei Monate. Die Impfte müssen irgendwelche Privilegien erhalten. Dies muss in Einreiseregelungen enthalten sein. Am 14. Juli 2021 liest man folgendes. Zielgruppenspezifische Kommunikation. Wer sollte insbesondere adressiert werden? Primär junge Menschen? Diese verhalten sich anders. Es muss cool sein, sich impfen zu lassen. Ja, das war quasi so das Anfang vom Ende. Das war wirklich noch so, das waren die letzten Zuckungen, als damals der Leiserbach wirklich der Meinung war, dass man alle drei Monate sich die Gratis-Bratwurst abholen sollte. Und als ich das damals gehört habe, habe ich gedacht, boah, jetzt spinnen die komplett. wirklich, als ich das das erste Mal gehört habe, ich habe natürlich direkt gelacht, aber auf der anderen Seite habe ich mir dann nur so gedacht, ja okay, ich lache hier jetzt, was ist denn, wenn das viele Leute in der Bevölkerung so mitmachen? Habe ich aber mir gedacht, das werden doch nicht die meisten mitmachen, auf keinen Fall. So ist es dann auch Gott sei Dank gekommen und da hat selbst Leiserbach gemerkt, alles klar, es ist hier nichts mehr zu holen, die Leute sind durch mit dem Thema und dann ging das nämlich Schritt für Schritt weg und dann war das nämlich so, dann kam nämlich der Sommer 2022 und dann ist alles in sich zusammengebrochen und dann in den nächsten Monaten ist das langsam und schleichend, alles so, ist es dann zu Ende gegangen, sagen wir es mal so. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, meine Güte, ihr erinnert euch höchstwahrscheinlich auch alle noch daran, wo der dann wirklich vorgeschlagen hatte, alle drei Monate sich den Stich abzuholen, wirklich fantastisch. What? Also man wollte praktisch einen ungetesteten, fragwürdigen, neuen Impfstoff vor allem den Menschen geben, die das ganze Leben noch vor sich haben. What the f***? Ich bin schockiert und weiter geht's. Zielgruppe jüngere Menschen und Impfung, zum Beispiel Influencer Vaccination Challenge auf YouTube. Viele Aspekte des Themas könnten mit mehr Humor angegangen werden, zum Beispiel Angst vor Impfnachwirkungen thematisieren. Zum Beispiel hat El Hetzo bei seiner Impfung seine Impfreaktion thematisiert. Ach, wie schön. Meine Güte, ist das toll. Hier habt ihr es nochmal schwarz auf weiß. Die haben mit YouTubern zusammengearbeitet, liebe Freunde da draußen. Jetzt habt ihr es endlich mal schwarz auf weiß. Ja? Sie haben sich nämlich einige YouTuber geholt, die Reichweite haben und haben dann mit coolen YouTube-Videos, ey hier, geil, Leute, ja, ach, diese Verweigerer da draußen, die wissen doch gar nicht, was die wirklich wollen. Die haben doch gar keine Ahnung. Langzeitstudien, die wollen doch wirklich Langzeitstudien, die haben doch überhaupt keine Ahnung. Die mRNA-Technologie, die ist doch so wirklich so cool. Bitte hört nicht auf diese Leute, das sind doch diese Schwurbler, ja, die haben doch gar keine Ahnung, von was die da reden. Hört auf uns coole YouTuber, wir wissen doch, was gut für euch ist. Also, geht euch impfen. So, ja, so ungefähr, kann man das sagen. Und die haben es auch wirklich so tatsächlich gemacht. Lass uns mal an diese ganzen Videos erinnern, ja, von Selfie, Sandra und Co., wie sie dann da standen, stundenlang vom Club Schlange stehen, aber da nicht mal ein paar Minuten haben, um ins Impfzentrum zu gehen oder irgendwie sowas. Ja, ihr erinnert euch ja noch alle an diese komischen Videos da, ja. Und, kam mal Entschuldigung von diesen ganzen Leuten, die man jetzt auch mit unter anderem durch die Blume angesprochen hat, kam mal irgendwas seitdem? Nichts. Alle schweigen es tot. Alle. YouTuber, die fleißig mitgemacht haben, kein einziges Video über die RKI-Protokolle. Nicht ein einziges Video über RKI-Protokolle. Obwohl, die mittlerweile schon sehr lange im Fokus sind, auch vor dem großen Leak. Die ganzen Meinungsblogger, die ihr von YouTube kennt, die hier immer so auf Oberschlau tun, muss ich mal da so hinstellen. Keiner von denen behandelt die RKI-Protokolle. Keiner. Alle still. Aber ehrlich, Leute, ihr seid es schuld. Wenn ihr diese Leute weiter guckt, wenn ihr die Leute weiter supportet und nicht deabonniert, ihr seid es selber schuld. Ihr habt die Macht in den Händen. Der YouTuber, der kann euch nicht halten. Ihr da draußen könntet einfach sagen, deabonnieren, nie wieder verfolgen, denjenigen nie wieder supporten. Aber ihr macht es ja nicht. Weil ihr ja insgeheim trotzdem wissen wollt, was der YouTuber weiter so macht. Das dazu. Also, man hat bewusst Prominente herangezogen. Um Menschen zu manipulieren, zu sagen, Mensch, wenn das MyLab macht, dann mache ich das auch. Oder Klaas und Joko oder wie sie alle heißen. Also, ihr könnt eigentlich solchen Idolen nie folgen. Macht eigentlich immer das Gegenteil wie das, was die euch sagen. Und laut den RKI-Protokollen sollen zudem der Impfhersteller Pfizer mit der EMA, also der Europäischen Arzneimittelagentur, darüber nachgedacht haben, ob sie bei der Corona-Impfung, Zitat, gegebenenfalls die Phase 3-Studien auslassen und direkt an eine breite Anwendung gehen. Ja, liebe Freunde, lassen wir doch direkt mal die Phase 2 weg. Ach komm, wisst ihr was, am besten versuchen wir die gar nicht mehr erst in irgendeiner Art und Weise vorher durch Studien laufen zu lassen. Komm, ach, einfach raus damit. direkt vom Herstellungsprozess, direkt in die Verpackungen und raus an den Endnutzer. Ja, komm, wir brauchen das doch alles ja nicht. Da fragt doch eh keiner nach. Ja, so sieht es doch aus. Wirklich unglaublich. Und nochmal, liebe Freunde, wir reden hier nicht davon, dass ein paar Menschen zu Versuchszwecken geködert worden sind, um daraus eine große wissenschaftliche Studie zu machen. Da kann man ja noch sagen, okay, im Sinne der Wissenschaft, die Teilnehmer wussten, auf was sie sich einlassen, sie haben unterschrieben, alles gut, will ich jetzt nicht schönreden oder so, aber okay. Irgendwie muss man ja Studien machen. Das wurde einfach, und wir reden jetzt nur von Deutschland, an Millionen von Menschen einfach so verspritzt. Nochmal, ja, das ist nur Deutschland. Die ganze Welt, wollen wir jetzt mal besser nicht mit einberechnen. Das heißt, die Menschen, die sonst immer so pingelig durch jeden Supermarkt gehen, sich ganz genau anschauen, was ich sehnte drauf, ja, wie viel Zucker hat denn das Produkt? Oh, weiß ich aber nicht, ich muss auf meine Linie achten, ich kann nicht so viel Kohlenhydrate essen, das geht nicht, ja. Die überall drauf gucken, ob da auch nicht ein bisschen zu viel Zucker drin ist, haben da gesagt, ach, was soll denn schon passieren? Komm, hier. Die sind wirklich so durch die Gegend gelaufen, wie diese Frau hier. So sind die da durchgelaufen, ja, so ungefähr so, wie sie es jetzt gerade beschrieben hat, ungefähr kann man das so auf den Großteil der Bevölkerung ausrechnen. Aber wehe, ein Haar ist in der Suppe im Restaurant, da wird der Deutsche wild. Da wird der Deutsche eine Revolution empfachen im Restaurant. Wenn da ein Haar in der Suppe ist, da musst du den Deutschen mal erleben. Oder das Bier ist nicht kalt genug. Das Bier wird serviert und es ist nicht so, wie es soll. Da wird der Deutsche aber zur Höchstform aufkommen und wird den halben Laden auseinandernehmen. Ja, da wird der mit, mit allem drohen. Da kommt der mit, mit allem, was es gibt. Ich hole meinen Anwalt, ich werde sie noch in drei Generationen verklagen, dass das Haar hier in der Suppe war. Aber wenn es um sowas geht, das ist egal. Ach, das wird schon gut gehen. Da machen wir uns jetzt mal keine Gedanken drüber. Diese Phase-3-Studien gehen eigentlich zwischen 12 und 18 Monaten und sollen auch mal Sicherheit geben, dass keine Nebenwirkungen entstehen oder Impfschäden. Und das hat man einfach so gesagt, ach komm, geht schon so, weil es ist ja Notverordnung und so, wir müssen ja schnell Gas geben. Ganz nach dem Motto, Phase 3, am Ende haftet sowieso der Staat, weil wir haben die EU ja beziehungsweise von der Leyen über den Tisch gezogen. Bei den Geheimverträgen. Und zum Abschluss noch ein Sahnehäubchen. Denn am 25. Februar geht aus den Unterlagen hervor, dass man auf Anordnung des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach die Risikobewertung in Deutschland auf sehr hoch belassen wird. Und das, obwohl überall um uns herum in ganz Europa gelockert wurde. Hm, Frühjahr 2020, da war doch was. Was war denn im Frühjahr 2022? Ach ja, da wollte man ja die allgemeine Impfpflicht im Parlament durchdrücken und beschließen. Ja, zum Glück ist sie gescheitert. Aber man hat mit allen Mitteln gekämpft. Nach wie vor finde ich, es ist untragbar, dass Karl Lauterbach immer noch Gesundheitsminister ist. Und vor allem, dass er auf unsere Kosten bei jedem EM-Spiel ein Ticket hatte und dass die Flugbereitschaft für 531.000 Euro die Flüge der Minister bezahlt hat. Steuergeldverschwendung und Hybris in einem. Aber wir wissen... Ja, warum nicht? Da kann man doch mal den wunderbaren Ministern das alles schön finanzieren, dass sie von einem Spiel zum anderen tingeln konnten. Weil es ist ja wichtig, dass ein Politiker auch alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sehen konnten. Das ist wichtig für einen Politiker. Dafür sind die da. Wir erinnern uns alle an die doch sehr heimatverbundene Liebe von diesen ganzen Politikern, wie sie dann mit Deutschland Trikots durch die Gegend gelaufen sind. Das fand ich wirklich sensationell. Als sie dann wirklich so auf einmal so Trikots anhatten, dann so ihre schönen TikTok-Videos gemacht haben. Wir erinnern uns alle daran, als Habeck plötzlich ein Deutschland-Trikot anhatte und noch nicht mal das pinke. Der Habeck hatte sogar das Weiße an. Wo er dann gesagt hat, ach, hier die Akte, ach, das kann bis Montag warten, da liegt es ja immer noch. Und dann hat er sich ein Bier geholt. So, ich gehe jetzt Fußball gucken. Aber das reicht scheinbar wieder für den Wähler da draußen, um dann zu sagen, ach ja, wenn der Habeck Fußball guckt, dann kann das ja kein Schlechter sein, den wähle ich bei den nächsten Wahlen. Oder die Partei, eher gesagt. Ja, so ist es. So leicht lassen sich die Leute da draußen wirklich hinters Licht führen. Das ist kein Scherz. Noch nicht mal übertrieben, was ich gerade sage. Oh, ey, der hat ein Deutschland-Trikot an, was, der feiert Fußball auch. Ja, da mache ich doch ein Kreuzchen bei dem. Das ist doch eine gute Partei. Hör mal, die gucken Fußball, direkt mal zwei Kreuze machen. Wir wissen ja, dass Karl Lauterbach sich nicht so oft an irgendwelche Evidenzen hält, siehe zum Beispiel dieses Video sehr, sehr sehenswert, nämlich die Entlarvung von Karl-Atan Lauterbach, Die jetzt gelegten Unterlagen zeigen mal wieder, dass es nie wirklich um Gesundheit oder wissenschaftliche Evidenz ging. Nein, es ging immer nur um Politik, Macht und Geld. Deswegen, Geld reget die Welt. Abschließend kann man nur sagen, dass die Politik wie eine H*** ist. Obwohl die moralische Frage wahrscheinlich sogar zu Ungünsten der Politik ausfällt. Als Fazit möchte ich nur eins sagen, nämlich tausend Dank an den mutigen Whistleblower aus dem RKI. Und ich kann euch eins sagen, ich habe heute mit einer Bekannten gesprochen, die im RKI arbeitet und da brennt tatsächlich die Hütte. Überall wird es nach der undichten Stelle gesucht. Keiner weiß, wer es war, aber man möchte natürlich diese undichte Stelle finden. Aber wir glauben es natürlich, jetzt Marc Friedrich mal, dass er eine Bekannte aus dem RKI hat. Glauben wir jetzt mal. Und wenn da die Hütte brennt, das ist sehr gut. Man sagt ja immer, kurz bevor so ein Regime in sich zusammenfällt, dann brennt es intern schon sehr. Und ich sage mal so, es ist nur eine Frage der Zeit, bis so richtig alles in sich zusammenfällt. Weil ich glaube nicht, dass sie wirklich so cool sind, wie sie immer da versuchen, uns über die Social-Media-Kanäle uns so weiß zu machen. Da gibt es doch gar nichts. Ich weiß gar nicht, was da die Verschwörungstheoretiker wieder sehen. Unter anderem Karl Leiserbach hat es ja unter anderem gepostet auf Twitter, der gesagt hat, es gibt ja nichts, da ist ja kein Skandal und so weiter. Der Mann ist höchstwahrscheinlich genauso nervös, wie viele andere Leute da auch, die höchstwahrscheinlich jetzt denken, hoffentlich geht das alles niemals vor Gericht, weil die gar nicht wissen, wie die da jemals wieder rauskommen werden. Deswegen, alle Leute da draußen, macht weiter. Versucht weiter aufzuklären, versucht den rechtlichen Weg zu gehen oder mit anderen Leuten, vielleicht gründet ihr irgendwelche Vereine, was weiß ich was, ja, rottet euch zusammen und versucht die Aufarbeitung, solange es geht, am Leben zu erhalten. Sie wollen mit jedem Mittel, dass wir das vergessen, ja, wir werden ihnen zuvorkommen, sie versuchen uns mit anderen Geschichten abzulenken, das lassen wir nicht zu, die Aufarbeitung wird immer ein Teil bleiben, wir werden erst aufhören, wenn alles restlos aufgearbeitet worden ist, Handschellen klickten und Urteile gesprochen wurden. Ich glaube, andersrum, Urteile gesprochen wurden und danach Handschellen klickten. solche Menschen mit Rückgrat, die mutig genug sind, die Wahrheit ans Licht zu bringen, sind essentiell für uns alle und deswegen kann gar nicht genug Liebe an diesen Whistleblower rausgehen. Naja, man kann es aber jetzt auch anders deuten, man kann natürlich jetzt auch sagen, warum hat er sich denn erst jetzt getraut, der sogenannte tolle Whistleblower aus dem Robert-ich-koch-gerne-Institut, warum hat er das denn nicht viel früher gemacht, er hätte es ja schon 2021 machen können. Sollen wir hier auch mal die Frage stellen, warum hat der Whistleblower denn bis heute gewartet, also was heißt bis heute, bis vor ein paar Tagen gewartet und hat es dann erst alles rausgehauen, ne, wollen wir hier auch mal die Frage stellen. Die komplette Corona-Politik ist eine Katastrophe und ein Scherbenhaufen. Wir wurden angelogen, es gab keine Pandemie der Ungeimpften. Die Corona-Maßnahmen, gibt man sogar selbst jetzt sogar schon zu, waren nicht verhältnismäßig. Die Masken eher kontraproduktiv, die Impfungen hatten doch Nebenwirkungen und Millionen Menschen sind alleine gestorben, weil die Liebsten nicht zu ihnen dürften und zwar global. Und parallel haben die Politiker, und zwar weltweit, die Angst als Instrument genommen für noch mehr Überwachung, für noch ein größeres Durchregieren und für ein rigides Corona-Regime mit massiven Freiheitsbeschränkungen gegen die Menschen weltweit. Allein, dass man wusste, dass die Pandemie der Ungeimpften eine Lüge war und man trotzdem die Spaltung und den Druck immer weiter verschärft hat, zeigt doch, wie skrupellos und asozial, gewissenslos man hier in Berlin, aber auch in Brüssel oder in London oder in den USA regiert hat. Und nochmals, ohne die Enthüllungen der mutigen Whistleblower des RKI und Aya Vela Quest wäre das alles nicht ans Tagessicht gekommen. Und deswegen möchte ich jetzt ein Fazit der Journalistin vorlesen. Die Corona-Politik basierte nicht auf rationalen wissenschaftlichen Abwägungen. Zahlreiche politische Entscheidungen, wie etwa 2G, die einrichtungsbezogene und geplante allgemeine Impfpflicht oder die breitflächige Impfung von Kindern waren rein politische Entscheidungen, für die das RKI als weisungsgebundene Behörde eine vermeintlich wissenschaftliche Legitimation geliefert hat. Erwähnenswert ist auch Paul Schreier und seinem Team, ohne die damals der Stein um die RKI-Protokolle gar nicht erst ins Rollen gekommen wäre. Für alle, die nichts mitbekommen haben, Paul Schreier hatte damals erfolgreich die geschwärzten Protokolle des RKIs herausgeklappt. Ja, so weit sind wir schon. Ja, aber auch hier, ohne dass ich das jetzt hier schmälern will oder so um Gottes Willen, aber auch da gab es damals kritische Stimmen. Da wurde dann ja gesagt, warum hat er so lange damit gewartet? Er hat es dann zwar sehr gut erklärt, er meinte ja, er wolle dadurch, indem er irgendwie schon vorab was released, ja, wollte er dann die restliche Klagen irgendwie nicht in Gefahr bringen, dass dann irgendwie das Gericht dann nicht weiter macht, ja, oder weiter die Entschwärzung zulässt, irgendwie sowas hat er damals erklärt. Er meinte, er wollte erstmal warten, bis er nahezu alles entschwärzt hat, ja, und er meinte, glaube ich, damals auch, er wollte da keinen Platz für Spekulationen lassen, weil laut Paul Schreier, das war ja ursprünglich mal sein Plan, wollte der alles entschwärzen lassen und dann alles an die Öffentlichkeit bringen, aber dadurch, dass immer nur so ein Teil entschwärzt wurde und dann wieder Monate vergangen sind bis zur nächsten Verhandlung und so weiter, hat er sich dann, äh, zweit, wann war das? 2023? Ende 2023, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wann genau die, äh, die ersten RKI-Protokolle kamen und dann wurde das halt häppchenweise veröffentlicht. So, so ungefähr war das. Ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau wiedergeben. Das war auf jeden Fall seine Begründung, warum er so lange damit gewartet hatte. Es ist ein Skandal, ein Jahrhundertskandal und ich hoffe wirklich, dass jetzt der Stein endgültig ins Rollen gekommen ist. Wie siehst du das? Ist das nicht die Bankrotterklärung der Corona-Zeit? Interessant auch, dass die Tagesschau noch im März geschrieben hat, dass die RKI-Pfalz ein Skandal sind, der keiner ist. Ehrliche Frage an den Autor, Herr Sigelow, sind Sie jetzt immer noch der Meinung? Und dementsprechend findest du jetzt auch zu den neu geleakten Unterlagen, zu den neuen Erkenntnissen, nichts in Bild, ARD, Spiegel, ZDF oder ARD. Es ist doch ein Armutszeugnis, dass ein Whistleblower des RKI sich nicht an die ARD oder an das ZDF oder an den Spiegel oder an den Tagesschau oder an den Hansblatt wendet, sondern an eine unabhängige kleine Journalistin namens Aya Velaquez. Aber das persönlich stimmt mich mutig und auch positiv, weil wir sehen einfach diese Transformation alte Welt, neue Welt, alte Medien, neue Medien und deswegen unterstützt bitte auch alternative Kanäle so gut ihr nur könnt. Ich freue mich natürlich, wenn ihr hier auch euren Beitrag leistet für eine Kanalmitgliedschaft, freue ich mich immer oder über Spenden, dann können wir noch besser arbeiten. Ich würde mich riesig freuen, aber natürlich über jedes Like und auch über jedes Kommentar und jedes Abo. Wir brauchen euch, ohne euch sind wir nicht. Es gibt ja einen Grund, warum wir jetzt über 450.000 Abonnenten haben. Und wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, dann sind wir stärker als die wenigen, die da oben dem großen Geld hinterherhecheln. Und denkt immer daran, diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden und diejenigen, die entscheiden, werden nicht gewählt, denn Geld regiert die Welt. Und so war es auch bei der ganzen Rundum-Corona-EU-Geheimverträge und so weiter. Ich könnte mich gar nicht genug echauffieren. Was wir jetzt brauchen, ist eine ehrliche und vor allem gerechte Aufarbeitung. Wir müssen viele Kritiker, die früher diffamiert, diskreditiert wurden als Schwurbler, als Querdenker, als Spinner, als Rechte, ja, rehabilitieren. Ansonsten sehe ich tatsächlich schwarz für unser Land. Nee, und ich sage es nochmal, zum Abschluss dieses Videos, man muss uns nicht zurück in die Gesellschaft eingliedern. Nein. Warum denn? Weil wir haben nie geschwurbelt. Wir waren nie irgendwelche Menschen, die hier irgendwas erzählt haben, was sich der Wahrheit entsprochen hat. Zu keiner Zeit. Das heißt, bei mir, es muss keiner kommen, der mich zurück in diese Gesellschaft hieft. Will ich nicht. Man muss sich bei mir entschuldigen und ich entscheide dann, ob ich zurück in die Gesellschaft komme. So läuft der Hase und nicht anders. So, wenn die Leute weiter auf ihrem Ego-Trip unterwegs sind und so tun, als ob nichts gewesen ist, da gibt es auch kein Wir mehr. Da gibt es nur ein Ihr da, Wir hier. Also, eine friedliche Koexistenz, wie ich es eben schon mal gesagt habe. Mehr gibt es da nicht. Punkt. Wir müssen die Aufarbeitung voranbringen, vor allem auch, um die Spaltung in der Gesellschaft wieder zu kitten und zu überbrücken. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Zuschriften von Menschen ich bekomme oder auch Zuspruch auf der Straße, die sich mit Freunden und Bekannten während Corona zerstritten haben. Und ein erster Schritt wäre zum Beispiel, dass sich die Verantwortlichen bei uns entschuldigen und zwar ehrlich entschuldigen. Und natürlich muss es dann auch eine juristische Aufarbeitung geben in einer gelebten Demokratie. Also die beste Entschuldigung und ich glaube, da spreche ich jetzt für alle Leute da draußen, ist eigentlich, wenn die Verantwortlichen ins Gefängnis gehen, am besten lebenslänglich und die Tür, die Zellentür hinter ihnen verschlossen wird, dann ist es für mich eine Entschuldigung und die nehme ich natürlich gerne an. Irgendwas Geheucheltes, damit man irgendwie doch noch davon kommt und dass man vielleicht dann doch nicht ins Gefängnis muss und man dann so tut, ja, es tut uns alles so leid, das nehme ich gar nicht erst an und das brauchen diese sogenannten Verantwortlichen bei mir auch gar nicht zu machen, weil im Endeffekt ist es ja so, ich habe deren Spiel ja durchschaut, bei mir müssten die sich ja gar nicht entschuldigen, weil bei mir müssten sich ja andere Leute entschuldigen, aber das führt jetzt zu weit. Jeder Einzelne, jeder von euch kann jetzt Multiplikator sein, jeder von euch kann Teil der Geschichte sein, kann jetzt hier einen Teil dazu beitragen, damit wir jetzt diese Aufklärung voranbringen. Teil dieses Video und denkt immer daran, dass wegen Menschen mit Rückgrat, Menschen wie dir, wegen mutigen Whistleblowern im RKI oder auch engagierten und ehrlichen Journalisten wie Paul Schreier oder Ayabella Quest, die Welt da draußen jeden Tag besser wird, als wir immer glauben. Herzlichst, Paul Schreiermann, was ich dir heute erzähle. Das mal zum Video von Marc Friedrich und ja, das kann ich eigentlich auch nur alles wiedergeben. Teilt das Video auch, geht auch auf das Originalvideo, lasst dort auch auf jeden Fall nochmal Resonanz da und hier nochmal zum Abschluss nochmal die Frage, wann war denn bei dir so der Punkt, wo du gewusst hast, jetzt ist es endlich vorbei, schreibt es unbedingt auch nochmal unten in die Kommentarfunktion, weil das würde mich nämlich mal extremst interessieren, wann so der Punkt war, wo du wusstest, alles klar, das Schlimmste ist überstanden, ja, jetzt ist es bald alles vorbei, weil vielleicht gab es ja viele Leute, die es auch im Sommer 2022 so ähnlich wie ich auch hatten, dieses Erlebnis, aber vielleicht kam es auch viel später, vielleicht kam es ja erst im Sommer 2023, kann ja sein. Ja, vielen Dank, dass du zugeschaut hast, auch, gib dem Video auch bitte ein Like, dann ist es auch immer gut für den Algorithmus zu sehen, ist die meisten Leute, Dankeschön, bis zum nächsten Video, mach es gut und ciao.